Okay, das ist zielen, ähm, muss man, ah, Scanner, alles klar, Scanner, ich muss mal ganz kurz gucken, das ist das, das ist das, alles klar, okay, dann können wir mal. Weiß bloß nicht, wie man schnell läuft, äh, kann ich ja gleich nochmal zweimal Scanner machen, ja, so kann man sich gut sehen, auch wenn es etwas hell ist, ja, ich muss mich ja ein bisschen ausleuchten, ne, weil sonst klappt es ja nicht, äh, wegen, ähm, wegen, wegen der, ähm, na, wir müssen, wegen der, äh, Facecam, also sprich, äh, Greenscreen kann ich leider nicht ändern. Ich könnte natürlich das Ganze jetzt nur irgendwie in, äh, Schwarz-Weiß-Filter oder sowas drauf machen, wie ducke ich mich denn? Ich würde empfehlen, dass Facecam bis nochmal um die Hälfte verkleinert, dass man etwas mehr vom Game sieht, meiner Ansicht nach. Okay, zu groß, ernsthaft? Aha, das ist ducken. Okay. Oh, oh, ähm, Moment, oh. Also, wir sind hier, wir könnten da raus und da rum, das würde aber nichts bringen, wir müssen ja wieder zurück. Äh, warte mal, da durch, doch. Okay, das mache ich dann beim, beim nächsten Mal, gucke ich mir das mal an. Oh, 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 oh. Scheiße. Alter. Verdammt, ich hab's nicht mitbekommen, ich hab's grad nicht mitbekommen. Alter. Da habt ihr schon euren ersten, äh, ähm, ne, Schocker. Alter, Falter. Ah, ah, perfekter Start, aber sowas von. Äh. Sowas von, ich würde mich gerne erstmal verpissen. Ähm. Oh Gott. Wie gesagt, fängt schon gut an. Äh. Äh, äh, nein, du bleibst und streamst weiter. Ja, natürlich stream ich weiter, ich hab ja selber Bock drauf, davon abgesehen. Ähm, was ich nur sagen wollte, warte mal, bevor wir jetzt hier irgendwie großartig, ich wollte ja grad noch was erzählen. Ähm. Ja, jetzt bin ich auf so ein Konzept, jetzt weiß ich nicht, was ich erzählen wollte, egal. Okay, wie gesagt, wir gucken mal. Oh Gott. Bitte nicht schon wieder. Äh, äh, weg, weg. Ich würde gern weg hier. Oh Gott. Mach das Brett auf. Ich hab's doch gehört. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, ey. Alter, ey. Oh. Dieses Vieh, ey. Das ist übel. Ha. Mann. Ich hör's. Ich hör es die ganze Zeit, ne? Die Frage ist, hört das Vieh eigentlich auch das Piepen von dem Teil? Okay, jetzt wird's wieder weniger. Alter. Mein Gott, ey. Okay, wir müssen dann... Ich würde mir gern hier mal irgendwie eine Markierung setzen oder sowas. Es wäre ein bisschen einfacher. Ähm. Wir müssen ja auf jeden Fall da wieder hin und die ganzen Räume noch weiter untersuchen. Also das heißt hier raus, dann hier rum und... Oh Gott. Scheiße, da ist es. Scheiße, da ist es. Bitte guck hier nicht rein. Bitte guck hier nicht rein. Geh weiter, geh raus. Das Vieh ist hier drin. Haha. Okay, das war knapp. Ich trau mich jetzt... Mach den Pieper an. Ja, ist klar. Ich mach keinen Pieper an. Ich trau mich grad echt nicht so richtig raus hier. Das ist das Problem. Ja, wir müssen ja. Ich höre... Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, ne? Aber ich höre auf meinen Kopfhörer, ähm... Die Schritte von dem Vieh. Und... Irgendwie ist es gerade auf dem Ohr hier. Alter, Walter. Das Gestampfe. Ja, genau. Das Gestampfe. Okay. Äh... Raus und dann rum. Könnte noch lauter sein. Okay. Versuchen sie erst mal. Ist das richtig rum? Ja, das ist richtig rum. Okay. Oh. Okay, jetzt müssen wir... Ähm... Ne, warte mal. Steff Quarter? Eigentlich hätten wir noch da rum gekönnt, ne? Gekonnt. In die Richtung und dann rechts rum. Okay, wir versuchen uns mal hier durchzuschlagen. Leise. Vor allen Dingen leise. Gott. Türen gehen auf, etc. PP, ähm... Frage ist, kommen wir da durch oder gehen wir durch den Lüftungsschacht? Ich glaube, ich gehe durch den Lüftungsschacht. Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Äh, warte mal. Wie macht mich denn jetzt eigentlich das Licht an? Äh... Äh, 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 äh. Mach du die Türen zum... Oh Gott. Alter. Äh, wie mache ich denn das Licht an? Mit dem Controller? Fragezeichen. Das ist das. Das ist nix. Das Tüschleiche rum. Ich drücke... Scheiße, ich sitze hier mitten in der Falle. Ich weiß nicht, wie ich das Licht anmache. X? Nein. Okay. Äh, äh... Ah, okay, alles klar. Y ist Licht. Okay, ich muss sagen, ich habe, äh, spiele das zum ersten Mal jetzt mit dem Controller. Deswegen, ähm... Dieses Gestampfe, das Vieh ist in der Nähe, ey. Das ist zu übel. Macht Spaß, ja. Das ist vor allem Nervenkitzel pur. Das ist das Schlimme. Das ist Nervenkitzel. Äh, okay. Rechts rum. Also raus, dann rechts rum. Und dann links rum. Rechts, links. Okay, rechts, links. Zu wissen, dass Tante Frieda vor der Tür ist und die einen Kuss auf alle Backen geben will. Ganz genau. Tante Frieda, genau. Ach so, äh, jetzt weiß ich übrigens, worauf ich wieder hinaus wollte. Also ihr könnt, äh, äh, gerne auch, äh, klippen, ne? Also, äh, hab ich absolut nichts dagegen. Haut in die Tasten, klippt, was das Zeug hält. Ähm, würde mich sehr, sehr freuen. Aber jetzt gucken wir erstmal, ob wir Tante Frieda abhauen können. Alter, Alter. Gott, und vor allen Dingen, das Gamepad vibriert, ne? Die ganze Zeit. Das ist übel. Puh, Himmelarsch. Alter, okay, äh, da lang. Links rum dann. Mach auf das Brett hier. Erstmal rein. Erstmal safen. Oh. Okay, warte mal. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das jetzt hier anstellen. Die A27 und 26 hatten wir, glaube ich, schon. Das heißt, 29, 22, 23, 24 müssten wir noch abklappern. Also ich muss hier raus. Und dann, äh, in die Richtung. Ich hör's schon. Alter Falter. Okay, das Ding ist außer Betrieb. Ähm, Sprengkapsel. Oh, sehr gut. Die haben wir sogar übersehen. Oh. Also das ist hier echt, echt wie so eine, äh, zwickte Ecke. Alter Falter, sag ich nur. Puh. Ja, auf den Durchatmen. Sekunde. Da, 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 da. Ist es, das Ding vor der Tür. Das ist vor der Tür. Oh Gott. Tür auf, Tür auf, Tür auf, Tür zu. Gott. Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Ähm. Untersuche die Räume. Ah, sehr cool. Haben wir abgeschlossen. Mist, Inventar ist voll. Kehren sie zu Dr. Coolman zurück. Okay, alles klar. Zu Dr. Coolman. Äh, wo will der denn, dass wir hingehen? Äh, da hinten. Ach du meine Güte. Wir müssen wieder komplett zurück. Wir müssen wieder komplett zurück eiern. Alter Falter. Okay, das ist... Okay, hier rum, raus. Die anderen Räume haben wir noch gar nicht grundsätzlich untersucht. Ähm. Frage ist, ob es sinnvoll ist. Okay. Okay, wir können wahrscheinlich vielleicht auch genau gegenüber raus. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Okay, ähm, ich gucke mal, ob es... Ne, das ist es nicht. Moment, sorry. Sorry, sorry, sorry. Ähm. Inventar. Okay, das ist... Ich scheiße aufs Inventar jetzt erstmal. Egal. Ähm. So, Tante Frieda. Wo bist du? Tante Frieda werde ich mir merken. Finde ich echt cool. Okay. Okay, was ist das denn hier? Äh, Neuverkabelung. Waren wir hier schon dran? Ich weiß es gerade gar nicht. Mal ganz kurz gucken. Okay, nee. Ich glaube, das haben wir noch nicht gemacht. Ähm. Ich habe soeben einen Patienten gefunden, der seit Tagen im Aufwachraum festsaß und sich diesen Scheiß über schöne Sonnenaufgänge und frisches Frühstück anhören musste. Uns wurde aufgetragen, die Anlage im Zuge der Stilllegung zu räumen. Aber das heißt nicht, dass wir unsere Pflicht gegenüber dem Patienten ignorieren können. Das darf nicht nochmal passieren. Green. Behandelnde Arzt Dr. Morley. Angststörung, Schienenbeinfraktur, Verdacht auf Quetschung innerer Organe, Patient unruhig, reagiert gut auf das bisschen persönliche Zuwendung, für das mir Zeit bleibt. Unsere Schachpartien sind willkommene Abwechslung für uns beide. Minimalflege. Keine Versicherung. Na, ganz toll. Fehlerhafte Datei. Okay, alles klar. Äh, 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 ähm. Verdammt. Ähm, warte mal, das ist dann der. Oh Gott, nein. Bitte nicht. Ach, Himmel. Äh, ähm, okay. So, jetzt sind wir da. Ähm, rechts da lang. Dann muss ich da rum. Okay, sieht alles noch ganz gut aus. Ähm, okay. Okay, dann müssen wir da lang. Oh, dieses Vieh, ne? Macht mich wahnsinnig, ey. Okay, alles klar. Nächste dann rechts rum. Oh, ständig guckt man auf diesen Tracker. Himmel, hilf. Okay. Okay. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Weg. Weg. Lauf doch, Mann. Lauf mal hin. Oh. Ich frage mich nur, dass jetzt so oft, so oft die Schnelle hergekommen ist. Verdammt. Alter. Falter, sag ich nur. Okay, jetzt dürfen wir den ganzen Krempel nochmal machen. Nochmal ein bisschen, ähm, bisschen Nervenkitzel. Kein Problem, das, das, das vertragen wir ja. Oh Gott. Okay, das ist da lang. Ich muss da rum. Geradeaus. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach da erstmal rein. Ja, vor allen Dingen mach's noch lauter mit den, äh, mit den Schranktüren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schranktüren sind so heftig. Alter Falter. Alter. Alter. Okay, raus, äh, andersrum. Meine Nerven, äh, meine Nerven. Und hier waren, was? Oh Gott, nein. Nein, nicht schon wieder. W, 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 und, äh, ja, du bist grad zum, beim dritten Tode grad wieder eingestiegen. Alter. Ah, okay, warte mal kurz. Ähm, ich glaub, ich werd's doch lieber ohne Controller spielen. Das ist mir dann irgendwie sicherer. Na, mach aus. Äh, okay. Das ist mir irgendwie, äh, also ohne Controller komm ich, glaub ich, besser. Klar. Äh, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier zu richtig sind. Warte mal kurz. Äh, nee, 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 andersrum. Genau andersrum. Verdammt. Genau in die entgegengesetzte Richtung muss ich. Ähm, lass es dir auf jeden Fall schmecken. Ich frag mich, wie das Vieh uns jetzt schon wieder gesehen hat. Ich geh mal in Deckung. Okay, wir gehen erst mal hier rein. Und verstecken uns. Erst mal ganz kurz. Ähm, das tue ich. Ist wieder super lecker und wieder scharf geworden. Hab eine ganze Menge an Chalapenos drauf. Ei, 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 ei. Da brennt aber nicht nur, äh, der Mund wieder. Okay, also wir warten. Wenn wir überlegen. Wir haben ja schon, ähm... Ich hätte eigentlich nur safen müssen dann, ne? Okay, wir gehen jetzt links rum. Und dann durch die Tür rechts rum. Und dann geradeaus erst mal. Und dann sind wir auch schon fast da. A 29. Das war das, äh, Dings, wo wir, glaub ich, hin mussten. Wo das war. Ähm. Hm. Okay, alles klar. Was ist das? Was ist das? Äh, können wir denn mal eine Rohrbombe bauen? Das wäre ja mal irgendwie... Die Tür geht auf. Ich sehe was. Ich hab aber noch keine Rohrbombe, ne, zum Bauen. Du siehst mich nicht. Komm, du siehst mich nicht. 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 Oh, Himmel. Ey, Mann. Okay, wir gehen mal. Da werden die Augen feucht. Ja, das glaube ich. Ich bewege mich jetzt hier nur noch mit Tracker vorwärts. Äh, okay. Wir sind auf jeden Fall richtig. So. Erstmal irgendwo unterm Tisch. Oh. Äh, wir sind hier nicht ganz richtig. Okay, ich muss die nächste wieder... Äh, muss hier wieder raus und dann die nächste rein. Alter, Alter, ey. Okay, ich höre gerade kein Getapse. Jetzt höre ich wieder Getapse. Puh. Oh, shit. Ich hab's gesehen. Ich hab's auf dem, äh, Scanner gesehen. Schön wieder ganz in der Nähe. Jetzt schön, äh, die Taschenlampe anmachen. Wäre doch, glaube ich, eine gute Idee, oder? Ah. Mein Gott. Okay, wir hätten da durch können. Nützt uns aber nicht allzu viel, weil ich muss ja da durch. Äh, die Idee könnte von mir sein. Also, ich glaube, es ist in den Lüftungsschacht über mir. Ich gebe mir Mühe. So, jetzt gucke ich um die Ecke. Und über mir das Vieh. Das wär's doch. Alter, ich hab Schiss, hier rauszugehen. Das glaubst du gar nicht, ne? Es ist nur ein Computerspiel, aber man hat wirklich Schiss, da hinzugehen. Diese Atmosphäre ist übel. Richtig übel. Ich glaube, wenn das nächste Mal das nicht piept. Ist direkt vor der Tür. Frage hin, wohin bewegt es sich? Wenn du Sabber von oben siehst, dann ist es da direkt rüber, ja. Okay, jetzt ist es weg. Es bewegt sich aber leider in die Richtung, in der wir müssen. Das ist schlecht. Ich glaube, es ist weg. Untertitelung des ZDF, 2020